ok gut alles klar das haben wir geschafft dann können wir jetzt fast hier angreifen das müsste ja ziemlich easy sein währenddessen trinke ich einen kurzen schluck weil ich bin jetzt von der stunde aufgestanden das geile ist halt heute heute ist ein cooler tag erstens ist erster mai das heißt feiertag zweitens ich habe heute starcraft 2 legacy of the world beta bekommen die werde ich auch noch spielen da werde ich sogar streamen und das dann hochladen es wird so geil also es wird so geil und deswegen muss ich jetzt und da muss ich heute noch für youtube starcraft aufnehmen ganze menge zu tun deswegen fange ich so früh an deswegen bin ich auch so durstig alles klar so hier habe ich jetzt keine ausklingen nur orks voll unausgerüstet aber ich habe trolle das ist sehr gut und aus irgendeinem grund juckte meine kopfhaut zu wenig herren shoulders aber wir haben gott noch dabei er hat das problem nicht er hat keine haare was für ein hässlicher org aber hat eine coole waffe okay einer rennt darunter einer rennt darunter einer rennt da hoch ich weiß nicht was die boykottieren aber wenn diese maden sich jetzt nicht sofort bewegen dann steche ich sie persönlich ab anders funktioniert das bei orks leider nicht sorry ist so also wenn sie nicht hören musste abstechen das bei orks so die haben leider keine rechte die menschenrechte zählen nicht für orks nein weil sind keine menschen leider ja den nehmen wir auch ein komm schon was die für ein beschränktes sichtfeld haben echt krass jemand dessen bogenschützen müsste man meinen wow die haben so ein bisschen was gasten genau gasthaus das will ich zerstören weil ich nicht möchte dass der gegner mir hinterrücks hobbits oder duneländer rein schickt das kann ich nicht brauchen dass das brauche ich echt mit deswegen werden die vernichtet und gutes also das gasthaus wird zerstört ich finde es schade dass der gegner solche gebäude nicht aufbaut also klar kommt auf die situation drauf an lol treu fest rams der troll der rennt da eiskalt einfach rein was für ein blöd kopf es war ein teurer troll aber ja ich kann wieder mit treuen arbeiten das ist eine gute idee warum hier zwei toll käfige und gutes ja hau kaputt so wo ist in der golfmog müssen der gegner überhaupt hier war mal so viele tote leute was heftig wäre wenn die leichen hier im fluss davon schwimmt das wäre so geil es geht halt cool ausschauen da greift jetzt an ihr werdet es nicht sinnfrei rein rennen bitte diese blöd rolle die rennte eiskalt rein was für idioten ok ich habe doch drei baumeister wissen der eine müsste doch da hinten ok jo komm haut drauf haben wir bloß einen gegner da haben sich die elben wahrscheinlich zurückgezogen wo schon nur recht sein obwohl ich jetzt den gegner wahrscheinlich mit dieser armee schon besiegen werde der golfmog der wird das mal zurückgezogen weil ich möchte ja trolle ausbilden es ist ja mein ziel hier eine starke armee raus zu hauen die dann an der front kämpft und doch dem tolle relativ stark sind ausgebaut eine festung ach sie haben eine festung ja gut dann kann ich drauf gehen dann ist das egal ich will irgendwo so ein ding bauen so greift uns gehöft an das ist sehr gut jetzt bin ich warte ok das da dann das da dann das da der rennt irgendwo dahin so mal sehen was du mit der festung anstellst da macht ihr ganz kaputt soll er gar nicht eigentlich noch nicht mal schauen ich bin so unentschlossen was das angeht jetzt muss ich mich aber beeilen nicht dass er die festung wirklich noch kaputt macht ja haha genau so mir machst du mal nur nur so an ok das reicht jetzt aus das noch kaputt dann haust du dann gehst du dir zurück dann bilden wir die ganzen trolle aus wie gut das weil diese so kaputt das geht schon ok weil damit macht dann immer viel mit der kaputten festung kaum noch gehöfte übrig das ist dann easy going so jetzt gibt es mast rolle genau jetzt aus das kaputt dann haust das kaputt dann haust das kaputt wenn er stirbt ist auch egal der wird wiederbelebt ist Stufe 10 spielt keine rolle na ist egal ich will ja bloß ein haufen trolle ausbilden und spaß damit haben und tschüss tot ist er erschossen aber vielleicht schafft er noch was nein er ist ein loser ok hatten versauber so hier hinten kann ich noch ein paar dingstens ausbilden bauen so aber natürlich schicke ich die kampf trolle sofort in die schlacht um den gegner zu zeigen dass er hier keine chance hat der vorposten sondern hier ein bisschen mehr ressourcen abbauen bitte danke was macht denn der da nope gibt es nicht denied stirb ok das werden sie doch wohl schaffen oder na komm ja da wird es bloß einnehmen kriegt aber nicht das hört man doch gerne so jetzt kann ich gleich boosten das sollte auch gut werden da bauen wir jetzt noch nix genau hier nix der kampf trolle irgendwas da hinten sollte ich vielleicht boosten den da so der hat bisher plus neun gemacht oder wie viel ich weiß nicht genau das macht er plus 27 plus 19 der gute ist ja noch auf stufe 1 also es geht schon so ich bin schon fast überall max tier ja da kann er gerne sein da oben kann ich noch was bauen wollen aber nicht so mein limit sind 1170 das ist gut zu wissen bitte renn nicht wieder rein stopp 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 so da greift jetzt an danke ich weiß dass lanzen sehr wehtun können nicht aus erfahrung aber ich weiß es und die müssen nicht sinnvoll sinnfrei yolo modus da selbst reinrennen boah wie wenig kommandeurspunkte so ein troll kostet krass kann ich tausend Millionen von den ausbilden das wird heftig da kommen noch mehr Trolle ja hau drauf haut's drauf ja so ein troll ist ganz schön riesig da hast du wohl recht so hier Pfeilhabe boah alles tot krass na gut dann machen wir noch ein paar mehr Trolle einfach wirklich damit ich halt tausend Millionen davon habe der stirbt mir jetzt leider kann man nicht ändern nein ich brauche noch mehr Trolle nein keine Trolle mehr das bin ich traurig na gut macht dir auch Sinn dass die KI sagt nope denn ich hätte auch keine Lust wenn der Gegner demnächst warte mal 45 mal 10 4 50 mal 2 900 und dann genommen ja um die 20 plus Trolle so überschlagen würde ich jetzt sagen 25 Kampf Trolle die will ich nicht als Gegner haben in einem Land hocken also das das ist wow die würde vermutlich kaum einer wegbekommen da hilft dann auch das Wort der macht nicht mehr so das wird easy ich frage mich nur ob die na doch warte mal ha auf dem Bild schaut das zwar so cool aus hier da vorne seht ihr jetzt nicht ich habe keinen Mauscursor wenn ich aufs ein Bildschirm zeigt bringt das auch nichts da wo die Katapulte sind ich meine das sieht man ganz vorne diese bunten Dinger aber wenn ich mir hier das anschaue ist da gar nichts oh warte da hat sie irgendwas zum Einnehmen gehabt ah am Vorposten im Gasthaus auf der Karte habe ich glaube ich einmal gespielt zweimal maximal wenn es hochkommt wenn es hochkommt da bin ich mir echt unsicher ich kenne die halt gar nicht aber sie schaut schön aus das ist das ist saftiges Grün hier das schaut echt schick aus so ein bisschen bärig geil da könnte man gut wohnen leben denke ich mal besser als im Mordor oder Nurn ja war jetzt nicht so schwer warte 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 da habe ich eine geilere Idee ich ziehe dem einfach die ganzen Einheiten wieder ab so jetzt easy T die nimmt das ein die nimmt die ein die nimmt den ein der nimmt den ein und der da hinten nimmt den ein so und schauen können sie mir das ist gewonnen da kann der machen was er will das hat er verloren sind halt Kampftrolle und das geile ist dass die halt saustark sind manche davon sind Stufe 4 habe ich irgendwann Stufe 5 ja genau also easy kreisch mal das überlebt der nicht sorry obwohl die jetzt da hingehen die kann ich nämlich opfern und die sterben ist das ziemlich egal so wams tschüss ja die haben Angst hätte ich an eurer Stelle auch wenn da 18 Millionen Kampftrolle mit mit Schneetrollen oder Hügeltrollen kommen GG wams so der Baumeister der stirbt jetzt auch na tschüss ganz im Ernst das war die einfachste Schlacht aller Zeiten naja fast war auf jeden Fall nicht sehr schwer ok was haben wir noch Dol Guldur ja ok machen wir noch schnell Dol Guldur Guldul und dann haben wir die auch weg Jep dann gehört Dol Guldur endlich und sich ich bin da schon fünfmal reingerannt hab's nicht geschafft aber jetzt hat er seine Deckung offen gelassen sind alle Richtung Düsterwald gegangen haben versagt dann steht er da jetzt zieht er sich dann nach Fanghorn zurück und dann ist er der gut nett ja geht's mal da 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 wie warte mal da 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 dort dort und dann dort so dann bauen wir uns hier schön auf das Gold brauche ich jetzt nicht so dringend sammle ich später ein läuft mir ja nicht weg so ach da hat's auch ein Leuchtfeuer das wusste ich gar nicht ich dachte immer es hätte bloß das hier und das im beim beim in Dol Guldur drin ist halt echt krass ich meine ich hab das Spiel schon ziemlich häufig gestartet und gespielt aber da ist halt immer was neues mit immer wird mal irgendwas neues sieht irgendwas neues ist echt krass echt krass echt krass so den nehmen wir jetzt ein und dann dann kann der ja eigentlich genau hier runter rennen und dann anschließend vielleicht da müsste doch da drüben ja genau krass ich bin so blöd vielleicht sollte ich mir die karten echt ab und zu mal anschauen ähm mir fällt gerade auf ich könnte benötigen ausbildungsstätten wieso brennt da noch was mach mal löschen bitte bitte einmal löschen und dann mach mal ja hier kann man gut mit herraten können dann so richtig gelöscht wurde das jetzt nicht nachher einfach weiter nur die blöden springen die tun wir nix du kannst das noch einnehmen ja geh mal geh mal runter ich will dass du dass das ja flammen genau okay klingeling klingeling dann bauen wir das hier noch so dann bauen wir mal ne richtige Belagerungsarmee auf ach du heilige okay kommande zurück wir müssen hoch aber ganz schnell was geht denn jetzt ab oh 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 flieh 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 der ist zu stark es tut weh man geilung wo bist du ja das ist schön ich muss aber gucken dass ich jetzt hier keine baumeister verlieren haben wir den jetzt getötet töt ihn doch boah so knapp also das auge ist echt stark aber den baumeister zerstört böse so was macht man nicht keine manieren die guys keine manieren ja jahrens darunter gut ist krass schon das neue gebäude ist fertig ihre frechheit wird nicht verteidigt das flach aus der stirbten jetzt aber mich willst du ein paar bogen schützen oder das wäre peinlich das wäre so peinlich warte mal jetzt könnte ich geld gut brauchen habe ich nur noch einen baumeister oh das ist nicht gut ah nein ich habe noch einen zweiten puh so dann kann ich bloß upgrades bauen oh oh renn 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 wenn der da unten ist dann haust ab spinnen spinnen boah mhm mh warte mal warte mal die rentern halt der halt hier ist so schnell wie mein typ auf dem pferd was geht ja er ist ein bisschen zu schnell gerannt Idiot krass war der schnell kreisch mal oh man um vielleicht sollte ich mal Leute ausbilden wir haben keine Rohstoffe mehr weil bauen so ja das kannst du gerne machen wir müssen das gebäude aufgeben sie werden nie mehr als sie ok ne ne komm schon komm schon gold gold abhauen guter radring die kann ich brauchen wir warte mal warte mal warte mal bieten über die ostlinge aus ich habe gerade wirklich nicht viel kohle da sind gegner oh die rennen meinen typen hinterher rennen 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 ren Warte mal, das sind, ah ne, ist ein Halb-Troll, die kann ich nicht mehr. Ne, schade. Okay. Das ist denn jetzt noch so, oh man, der Gegner ist echt überall. Aber ich kann boosten, theoretisch. Das hat er nur zerstört. Wir wollen unsere Schlachter, ich baue mir jetzt hier so mit Barrikaden so und so eine Verteidigungslinie auf. Ach, der Tom! Da ist ein Tom-Bomber-Deal, sagt mir das doch. Der macht hier alles kaputt, los geht. Hallo. Aber gleich gibt's Ballrock und dann ist, dann ist es auf Wiedersehen. Tschüss. Der hat mir echt hier die ganze Linie zerstört. Na gut, kann ich von oben wieder nach unten durchbauen, ne? Krass. Aber ich kann die Belagernungswerke erweitern. Ich glaube, das ist gefährlich. Ja, ja, das ist gefährlich. Ja, alles klar. Okay. Na los. Jetzt wollte ich's gerade abbrechen, aber ich war zu lahm. Okay. Zum Glück lebt der noch. Ne, warte Saurons Mund ist ein Hauptcharakter. Stimmt, den brauche ich nicht noch mehr ausbilden. Dann brauche ich keine Festung bauen. Ich greife hier an. Ja, okay, das passt. Ich bin schon so durcheinander. Das finde ich cool hier mit den Barrikaden. Das fällt mir. So, dann nehmen wir das hier mal ein. Feierpfeile. Na, tschüss Orcs. Theoretisch könnte ich hier auch eine Menge Sägewerke bauen, weil hier jetzt einiges an Bäumen. Dollykultur scheint sehr nah am Wüsterwald gebaut zu sein. Oh, ne, end, 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 end. End. Ich muss noch was bauen. Und zwar noch mal. Sagt mal, habe ich irgendwo schon die Belangerung? Ja, genau. Okay, perfekt. So, dann bauen wir hier noch. Schon wieder ein Tom. Der nervt, der Gute. Aber der nervt so richtig krass. Ne, rennen wir wieder hier hoch. Bisschen in Ordnung. So, ein bisschen was ausbilden. Ich cast den jetzt da. Der ist nicht so schlimm. Aber ich brauche jetzt hier zur Verteidigung. Weil ich nicht Lust habe, hier schon wieder zu warten und das Gebäude zu verlieren. Toll, wow. Ja, danke. Aber doch, das hat sich gelohnt. Siehst du, hier kommt der ganze Menge. Oh mein Gott. Ja, genau hier. Ja, das ist der Feind. Als ob den Eldendolgul gehört. Könnte aber sein. Ich bin mir nicht sicher, wem das Land jetzt hier gehört. Ich weiß es nicht. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe keine Ahnung. Natürlich ruft er den Wächter. Meine Fresse. Spannend. Der eine ruft den Wächter, der andere den Troll. Den 1000 Millionen Ends. Oh mein Gott. Schnell. Schnell. Nein. Meine Barrikade. Die machen mir alles kaputt. Die Böse. So, hier unten bin ich aber... Ich bin eigentlich gut aufgestellt, was das angeht. Mach dir hier. Mach dir hier. Mach dir hier. Und dann können wir jetzt hier... Stuff bauen. Und die ganzen Einheiten können da hochgegeben. Ja genau. So, der lebt immer noch. Oh cool, wer denn den Troll hier schleppt. Nice. Dann noch ein Katapult. Dann machen wir hier mal böses Land. Das sollte mir ein bisschen helfen. Boosten. Der ist schon geboostet glaube ich. Oder auch nicht. Ja, boosten immer. Sei es drum. Was haben wir hier unten noch? Auf jeden Fall baue ich hier wieder Barrikaden. Ich kriege Hunger. Na gut, bin auch schon seit 6 Uhr wach. Und jetzt haben wir kurz vor 10. Na ja, 20 vor 10. Und ich habe heute noch nichts gegessen. Yay. Na, na ja. Gegen Mittag dann. So, ich brauche noch ein Segelwerk. Ich brauche halt wirklich einfach mehr Kohle. Ich warte echt schon so lange auf den Ballrock. Schade, dass der Troll jetzt stirbt. Das ist echt schade. Geh du mal da hin und nimm mal das Ding so ein. Nee, 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 nee. Geh. Du sollst hier landen. So, wo ist jetzt der Gegner? Da ist er. Okay. Dann machen wir jetzt Dunkelheit. Das hier. Das hier. Das hier. Und das hier. Damit der endlich mal stirbt hier. Weil wenn der weg ist, dann schaut es schon besser aus. Das neue Gebäude ist fertig. So. Andi, warte. Kannst eigentlich ein Feuerspein, ne? Wir prüben sind ja. Wir haben Zeitlinge verpflichtet. Wir haben viel zu hoch. Verneinig das Schlosshaus. So, schön Feuerspein. Dann gibt es dem noch die Peitsche. Der hat ein Enting gebaut. Ach, guck an. Vielleicht sollte ich mal wieder was ausbilden währenddessen. Ja, komm, peitsch den Enting kaputt. Boah. Also, dieser Feuerpeitsche hat echt Power. Ich frag mich, wo sein Baumeister ist. Irgendwo muss sein Baumeister sein. Irgendwo muss sein Baumeister sein. Irgendwo muss der Baumeister sein. Du haust mal bitte weg. Ab. Tschüss. Das sehen wir gleich, ob wir das können oder nicht. Versuchen wir uns das noch zu zerstören. Wo ist der Baumeister? Wenn ich das wüsste. Oh oh. Jetzt greifen sie meinen Baumeister an. Na, danke. Der Ball war bis weg. Ich such halt echt noch den Baumeister. So, jetzt rüsten wir hier mal ein paar Einheiten aus. Wo haben wir noch so Einheiten? Gehen wir, ach, schön. Nein, Tom, rennt! Das ist Tom, nein! Tom ist zu stark. Nein, überlebe, 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 überlebe! Renn, renn! Okay, ich glaub, das ist irgendwie, hat das funktioniert. Ja, Feuer, 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 Bogenschützen. Die Elben leben noch irgendwo. Irgendwie. Wahrscheinlich ganz da hinten im Eck. Oh, Ends. Oh, boah, hat der ne Reichweite. Sonst geht's dir aber gut, oder? Knall mal den End ab, bevor ihr mein Belagerungswerk zerstört wird. Noch mal, noch mal, noch mal, noch mal, noch mal, noch mal, noch mal. Schieß doch, schieß doch, schieß doch. Schnell, schnell. Nein, 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 nein. Ja. Das war knapp. Oh, the close, man. Okay, also, nachdem das jetzt erledigt ist. Wo sind die Ends? Es gibt's doch nicht. Aber ich muss sagen, die Schlacht ist cool, weil sie geht ewig lang. Ich guck mal, ob der jetzt noch innen irgendwas hat, aber ansonsten wüsste ich nicht, wo der noch was haben sollte. Könnte. Hier ist nix. Na gut, dann gehen wir jetzt gescheit angreifen. Weil ich seh den Gegner nicht. Greif mal die Festung an. Das andere fällt mir jetzt nicht ein. Lindwurm. Ja, ne, den kann ich nicht später. Obwohl, lass mich mal gucken. Oh ja, doch, komm. Schick mal den einfach mal ein Lindwurm rein. Das wird zu freuen. Dann hat er was zu tun. Er hat hier ne Menge Zeugs. Gleich nicht mehr. Ja, da ist ne Menge kaputt gegangen. Sehr schön. Ah, guck mal, ich bin schon hier so rein. Zeugs geht kaputt. Das Katapult ist kaputt. Das Katapult ist kaputt. Da ist der. Hau weg. Whatever. Mach, mach kaputt. Das läuft ziemlich gut von alleine, sehe ich gerade. Das ist nur sowas. Das ist nur sowas. Es wäre cool, wenn die kämpfen würden. Und nicht nur chillen. Okay, das ist jetzt doof, aber der macht mir eigentlich nimmer viel. Ich muss ja nicht nur noch die Bogenschütze mir zerstören, oh gut aus. So, wo ist der? Der ist da. Kannst mal kreischen. Gollum. Oh. Okay. Ich würde nicht so weit gehen, dass die Armee groß genug ist, aber... Naja. Geben das seine. Ah, hier hat's noch ein... Was war das denn? Hä? Hä? Was? Das ist ein Troll? Was ist das denn für ein Troll? Isildur? Isildur ist ein Troll. Hä? Was? Okay, da ist irgendwas schief gegangen. Isildur schaut aus wie ein Troll. Ich mein... What? Oh, jetzt soll ich eine neue Festung. Hä? Das macht keinen Sinn. Das sollte eigentlich nicht ausschauen wie ein Troll. Ähm... Da glaube ich, schaue ich gleich mal nach, wie das aussieht... mit... äh... Diesen... Mit den... Bei der Heldendarstellung, da muss irgendwas schief gegangen sein. Isildur ist doch kein Kampftroll. Hä? What? Okay. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Keine Ahnung. Muss ich nicht verstehen. Ist nicht meine Aufgabe, das nachzuvollziehen. Aber ich sollte wirklich langsam gewinnen, weil ich muss dringend auf die Toilette. Oh, Mann. T.A. Okay, T.A. ist ein guter Hotkey. Das funktioniert. Kannst du mir jetzt? Also, jetzt wisst ihr das. Isildur ist offiziell ein Troll. Einheit kann dieses Upgrade nicht benutzen. What? Okay. Gut, das haben wir geschafft. Sehr schön. Sofort speichern. Ganz wichtig. Ich will nicht, dass der Müll nochmal abbricht. Abstürzt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Zack. Speichern. Speichern. Geschafft. Huuuuh. Du univers vowel. Huuuuh. Huuuuh.